Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir ein Spiel namens Slytherio oder Slytherio. Wie immer ist der Link in der Infobox verlinkt. Mal schauen, wie es wird. Wenn euch das Video gefällt, dann schreibt es in die Kommentare und gebt dem Video ein Like. So, jetzt geht's los. Viel Spaß. Halt, stopp! So, wir spielen Slytherio. Alles klar. Esse, klicke, bewege, esse. Alles klar. Okay. Ich gebe dann mal meinen Namen ein. So. Ich bin jetzt ein hässliches Ding, was gelb ist. Es sieht aus wie so eine Raupe. Ist es eine Raupe oder ein Wurm? Es ist auf jeden Fall hirsslich. Das kann ich bestätigen. Ich klicke hier eigentlich nur die ganze Zeit rum. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Aber es ist ja auch okay. Ich kenne das nur von diesem Spiel, dass man mit dem Kopf keine anderen Gegner berühren darf. Aber warum sollten wir das machen? Weil wir kennen die doch gar nicht. Und warum sollten wir die dann küssen? Deswegen halten wir ein bisschen Abstand. Und ich weiß auch, wenn man so diese komischen Perlen isst, wird man immer länger oder dicker oder was auch immer, was ich werde. Ich habe keine Ahnung, was ich werde. Ich glaube, ich werde länger und nicht dicker. Und jetzt, ich bin ein hässlicher Wurm, der keine anderen berühren darf. Da ist ein Schweizer. Hallo. Oh, scheiße, ich bin dort. Ich bin dort. Egal. Nochmal. Play again. Puff. Oh, jetzt rasiere ich alle mit Gillette, okay? Ich bin ein hässlicher Wurm. Go die. Also, ich bin ja ein Wurm, der versuchen muss. Ich glaube, ich muss versuchen, hier diese Würmer zu essen oder zu töten. Ah. Oh Gott. Das ist ja ein anstrengendes Spiel. Warum muss ich immer flüchten? Ich bin der Kleinste. Mann. Das ist scheiße. Und ich bin orange. Aber orange ist eine meiner Links-Links-Farmen. Also, egal. Ey. Ich muss größer werden. Ich esse zu wenig. Äh. Go. Ah. Lickery. Uh. Boom. Ich bin dort. Boom, ihr wisst. Deine endgültige Länge war 47 Kackwürste. Okay. Ja. Oh, ich will immer richtig lang werden und richtig fett und richtig dick und was auch immer, was das Ziel dieses Spiels ist. Was ist eigentlich Ziel dieses Spiel? Sie verstehen dieses Spiel nicht. Ich weiß nur, dass man da rum sprinten kann und mehr auch nicht. Also, was muss man hier machen? Tut mir leid, wenn meine Nase und meine Stimme ein bisschen im Arsch ist. Das liegt daran, dass ich Schnupfen habe. Schreibt mal alle in die Kommentare. Hashtag Santi hat Schnupfen. Das wäre sehr... Jeder Hashtag. Ein Mitleidspunkt für mich. Ah. Hilfe. Ich bin im falschen Ort. Ich bin zu klein. Ah. Ich bin zu klein für die Riesen. Hilfe. 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 Ich brauche Hilfe. Ich bin schon groß auf dir. Komm nach und spiel mit mir. Ich lade dich ein. Ich bin Santi. Hallo. Ich bin kleiner Wurm. Bitte töte mich. Bitte töte mich. Bitte töte mich. Also, ich habe jetzt vor, einen zu killen. Nein. Den kriege ich. Den kriege ich. Ah. Nein. Nein. Bleib hier. Ich will dich töten. Komm her. Komm. Ich versuche, den hier jetzt zu killen. Ja. Ich habe einen kill. Boom. All in your faces. Was wollt ihr von mir? Hier. Ich spiele gerade mit dem Bro. Ach. Scheiße. Genau. Ich spiele mit dem Bro. Oh. Warum muss ich jetzt hier mal sterben? Ich bin so schlecht in dieses Spiel. Eigentlich ist man das immer. Ich esse mich selber. Bam, 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 bam. Yum, 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 yum. Ich esse meine eigenen Spuren. Boom. What are you faces? Ah. Ich bin dort. Halt. Stopp. Das war es mal wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn ihr neu seid auf diesem Kanal, lasst mir ein Abo da und aktiviert die Glocke. Wenn es euren Freunden, Familienmitgliedern, irgendein Mensch auf dieser Welt gefallen würde, teilt das mit dem. Bis zum nächsten Teil am Freitag. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.